Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen Fortnite Random Squads, weil das ist einfach nur smart. Wir treffen heute wieder witzige Leute oder Assis. Und wenn die cool sind und keine Stream-Sniper, dann kriegen die Geld. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann macht ihr das im Item-Shop mit dem Crider-Code Trimax. So, annehmen, fertig, hält zwei Wochen. Vielen Dank an jeden Einzelnen, wir sind über 35.000 Supporter. Und für die allergeilsten Runden abonniert ihr selbstverständlich den Kanal. Was soll ich euch erzählen? Ich erzähle euch jedes Intro das Gleiche. Los. Achso, und wir haben noch ein Gewinnspiel. 2500 Euro auf Twitter, 2500 Euro auf Instagram. Macht gerne mit. Ihr müsst genau den Kampf vom 2.4. vorhersagen. In welcher Sekunde wird es beendet? Von wem? Wer gewinnt? In welcher Runde? In welcher Sekunde? Und was für ein Schlag? Und wer da am nächsten dran kommt, es gibt insgesamt 10 Gewinner, die jeweils 500 Euro kriegen. Könnt ihr kostenlos mitmachen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Guckt euch gerne die Box-Vlogs an. Könnt ihr sehen, wer ist wie gut? Wer gewinnt das? Und wann? Wer hat wie viel Ausdauer? Wie viel Power ist in den Schlägen? Bisschen abwägen und dann gewinnt ihr vielleicht 500 Euro. Das ist doch cool. Moin. Moin. Ist das so dein typisches Moin, wenn du einfach so in die Runde kommst? Ist das so dein Standard-Moin, wenn du mit jemandem einfach so matchst? Ja. So. Ja? Machen wir so ein bisschen so ein leichtes Stream-Sniper-Moin, so ein bisschen. Weißt du? Okay. Okay, also. Weiß ich das, Alter? Der eine weiß es schon, der kann es nicht mehr leugnen. Was ist das, ne? Digga, hä? Wieso? Wie ist denn das? Du hast dich schon dir an deinen Moin verraten. Ne, hä? Bist du Trimax? Ja, das weißt du auch genau. Ne, ich guck gerade echt deinen Stream. Ich hab gerade nachgeguckt. Ich hab gerade geöffnet. Jetzt gerade erst? Ja. Lol, ich hätte es wirklich? Krass, Digga, ein Lol. Wie können wir das jetzt rausfinden, ob ihr Stream-Sniper seid oder nicht? Ich guck mal, ich guck mal deine Videos. Guck mal, ich bin schon tot. Na, Judy, ne? Hier, beide Schwitzer-Skins. Ist das normal? Warum Schwitzer-Skins? Kannst du mal was sehen? FNCS finde ich schon angeschwitzt ein bisschen. Den konnte man kaufen. Ach, habt ihr den nicht gewonnen im FNCS Cup? Nein. So. Naja, ich hab ihn auf jeden Fall im Cup erspielt. Wo war der goldene Loot mit dem Schatz? Wo war das? Okay, dann lauf ich mal los. 150 Meter. Ey, der Schatz ist genau da im Tornado gerade, ne? Dem einen wird doch hier geschossen. Auf Bobby wird geschossen, Mensch. Keine, ob ich drei Hits reingeben kann. Nochmal ein Headshot, die Crack. Warte, ich komm. Nicht sterben. Das sind übelst die Sweats, ne? Die haben verloren. Was für ein Scheiß! Ich konnte ihn dreimal nicht sehen. Hätt alles getroffen. Ah, du bist also ein Sweater, ja? Nee. Schon. Ich bin gerade komplett nervös. Also, ich fähig gerade dir in Edit. Ja, du kannst nicht mit Kieren. Oh, das ist doch was. Danke, Emre. Das ist so eine Lobby, Alter. Was ist das? Das ist eigentlich normal, dass man solche Lobbys bekommt. Digga, du bist doch nicht elf. Jetzt mal wirklich. Wieso? Digga, mit elf? Ich hab mir mit elf in die Hose gestiftet und mit Stöckern gespielt. Äh, komm mal her, Digga. Er ist ein auf den. Ich wusste mich jeden Schimmer dann, naja, bitte. Okay. Oh. Also, er ist wirklich ein auf den. Er ist nicht mehr. Dadurch, dass ihr so welche Sweats seid, ist das nochmal wahrscheinlicher, dass ihr Streapsliper seid. Hä? Warum? Es ist nur Sweats. Es ist voll Streapslipe ich, ihr zwei. Ey, geh mal ins Zone, bitte. Bitte. 15 Gegner noch, wenn du uns wiederholst, wäre das schon stark. Ich hab übel Bauchschmerzen jetzt, das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, jeder hat eine andere Art und Weise, wenn man damit umgeht, wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Eure Nervosität hat sich ein bisschen gelegt, ne? Ne. Ne, bei mir gar nicht. Hä? Was war? Bei mir schon irgendwie. Das war mir nur am Anfang aufgeregt. Wieso bist du denn nervös, hä? Weil ich die Runde gewinnen möchte. Habi. Was meinst du denn mit dem, hä? Shit, bro. Was ist denn shit, bro? Glauben muss einer. Dad. Emder, nicht sterben jetzt, bitte. Wir brauchen dich. Ich bin sowas von tot. Oha, ich bin auch tot. Hä? Du hast ein Hit kassiert. Stimmt. Hast recht. Hey, dir ist sicher ekelhaft, was die machen, oder? Die machen jetzt den Sprain einfach. Ja, ich würde mich mal hier in den Trimax, ne? Bist du tot? Ja, wir sind beide tot. Hä? Wieso sterbt? Ihr seid doch die Einzigen, die was können. Ja, was soll das jetzt heißen? Bobby fühlt sich eingegriffen, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass Bobby das jetzt noch macht, oder? Keine Ahnung, man darf ja wohl hoffen. Ey, dass der Typ noch lebt, ne? Ey, ich hab mich zehn Minuten eingeboxen mit Metall, weißt du nicht. Der holt das nicht. Der hat null Kills, Mann. Der ist ass. Wirklich. Der hat noch nicht mal Schild. Der hat null Mets. Ey, langsam fühlt er sich echt angegriffen, glaub mir. Nein, du weißt, dass er schlecht ist. Ist doch nicht schlimm, wenn du scheiße in Fortnite bist. Ja, jetzt heult der. Guck mal, wie er sich anstellt, der Bobby. Der hat null Kills, null Mets. Bobby, sei mal ein Mann, Digga. Heulen dir. Gewinn die Runde, Bobby. Nein, der soll Metz farmen, der Affe. Ne, der macht das nicht, der heult. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hättet ihm auch mal ein bisschen Metz abgeben können. Ey, bitte, jetzt macht doch mal was. Guck mal, vier Teams. Das schafft er. Das packt der, Bobby. Der hat null Kills. Kann uns hören, aber er kann nicht reden. Wollen wir das so machen? Wenn Bobby die Runde alleine gewinnt, kriegt Bobby 50 Euro. Ist das okay für euch, Bobby? Okay, teilen, teilen, hallo? Teilen. Alles kriegt Bobby. Weil der hat null Kills. 50 gibt's, ich brauch Taschenrechner dafür. 50 geteilt durch 3. 50 durch 1, 50 und das kriegt Bobby. Taschenrechner. Hör doch auf zu rechnen, er bekommt's. Nein. Oh, guck dir Bobby an. Er hätte es sich verdient. Guck mal, der kriegt es gar nicht hin. Das sind 16 Euro für jeden. M-m. Das sind 50 Euro für Bobby. Mann, ich hab dir gesagt, wenn du ihn anschießt. Er hat es verraten. Drei Teams noch. Gebt mir jeden Baum auf, Digga. Bauen den Baum vor dir ab. Bau, 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 den Baum vor dir ab. Bobby. Boah. Boah, ist er dich zufrieden mit seiner Leistung? Nein. Nee. Schade. Ja, lass doch jetzt hier verarsche. Bobby? Bobby, kannst du mich hören? Hallo? Bobby, hörst du mich? Hallo? Guten Abend. Kann Bobby auch reden? Alter, er ist einfach wieder drin. Ach, du warst schon mit dem in der Runde? Ich war gerade mit Bobby in der Runde. Ah, nice. Und der war meega schlecht. Das war geil. Ja, aber du hörst an mich jetzt? Alter, Bobby! Moin. Ja, hallo. Wie fandest du dich eben? Ja, richtig scheiße. Dicke, eine Frage. Du bist Trimax? Ich bin Trimax, ja. Aber wir haben hier gerade was richtig Cooles am Laufen. Let's go. Ey, krass. Bobby? Ja? Weil du eben so schlecht warst. Kann man ja, ist ja nicht schlimm. Kann man ja so offen und ehrlich sagen, ne? Also Leute, wir haben folgendes Problem. Bobby ist mordschlecht in dem Spiel. Wirklich krass. Ich habe noch nie jemanden in Random Squats getroffen, der so wenig Fortnite spielen kann. Können wir eine Special-Folge machen? Wenn wir die Runde gewinnen, kriegt Bobby 100 Euro. Okay. Wer ist hier dabei? Weil der, also ohne Witz, der kann gar nichts. Bobby ist das okay, wenn ich das sage, oder? Ja, das ist okay. Alles klar, kein Problem. Weil wir haben das eben gesehen. Alter, what the fuck, Dicke. Der ganze Chat ist voll mit Free Bobby. Okay? Die, die, die feuern dich jetzt an. Ja, okay. Das hab ich noch nicht gesehen. Alter, warum hast du eben nicht geredet, Bobby? Und jetzt schon? Ey, mein Mikro war falsch eingestellt. Okay, krass. Dann machen wir das jetzt wieder gut. Oh, hier sind wir gelandet. Achtung. Da ist einer mit 40 HP. Ach, ich bin dead. Ne, ne. Nicht sterben, bitte. Nein. Ne, was ist das? Fuck. Dicke, der Junge hat mir ein ganzes Magazin geschluckt, Alter. Ungefähr wie seine Mutter. Okay, das macht gar keinen Sinn. Du schluckst die Mutter von den Magazinen. Oh, nee. Entwird. Da hinten kommt noch einer. Hab einen. Let's go. Wichtiger Kill. Oh, was hat der alles? Oh, Mann. Alter, das glaube ich jetzt. Jetzt kommen wir mit zwei Randoms rein. Die Bobby jetzt mal Carriker. Und die sterben auch einfach beide. Bobby Statement. Ja, das ist grad scheiße irgendwie. Oh, mein Gott. Aber ich hab einen. Ey, kannst du mich wohl holen? Alter, Bobby sauber. Irgendwie glaube ich, dass Bobby eine richtige Maschine ist. Nein, nein. Also wirklich. Der hatte gerade im Late Game null Metz. Hat die ganze Zeit gecampt. Hat geschossen, obwohl er nicht schießen durfte. Hat sich verraten. Hat, also ich hab hier nicht ein Edit von ihm gesehen. Das war wirklich Kraut und Rüben, das Gameplay. Aber sympathisch. Bin ich mal gespannt. Ja, hier sind zwei. Bobby, das sieht nicht gut aus. Sind die bei dir? Sheetracked. White. Nein. Das sind zwei. Super gegen gebaut. Klasse. Hört sich jetzt richtig schlecht aus. Bobby? Ja. Dinger, lauf nicht zu dir. Du bist getrömpelt. Ja. White ist er? Oh, ein HP. Können wir knicken. Das sind zwei Teams. Bobby, wie kommen wir hier raus? Ich bin hier sicher im Busch. Komm, 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 komm. Fahr, fahr, fahr. Fahr, 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 fahr. Bobby. Boah, Flambo weg. Können wir da raufklettern? Ja, fahr hin. Bobby. Wohin jetzt, wohin jetzt? Hier auf dem Berg. Ist gemacht? In die Zone kommt. Ey, das müssen wir gewinnen, man. Die Leute feuern so sehr Bobby an. Wie gilt das so, Bobby? Zwei. Alle zwei. Sauber, geil. Spider-Man kommt, Spider-Man kommt hier. Ey, das ist ein ganzes Squad, das ist ein ganzes Squad, ne? Kommt hier her, hier sind Waffen. Das ist ein Wettbewerb. Ja, lass riften, lass riften. Ich bin schon wieder... Nein. Das sind die gleichen mit dieser Sniper. Sind die Pümpel-Dudes. Oh mein Gott. Der Geist, der... Alter, er hat mich. Nein, Bobby! Er hat mich. Ich hab Bobby mitgenommen. Wir können gleich nochmal in die Zone gehen. Du hast Bobby im Gleiter, das geht? What the fuck? Nein. Alter Halsmaul, das ist ja Ultra. Wie geht das? Keine Ahnung. Wie gut. Ey, das ist die krasseste Rettungsaktion, die ich je gesehen habe. Wahnsinn. Ich hab sonst auch schon mal Ausbildung gemacht, Digga. Leben einfach noch. Wahnsinn. Wir haben immer noch dieses eine Spot, ist ein Stream-Stiper-Spot. Die wollen uns unbedingt töten. Weil die so sehr Bobby nicht gönnen. Wie gut schätzt ihr euch alle einen von 1 bis 10, wenn ich eine 5 bin? Eine 6. Eine 3 oder eine 4. 3 oder eine 4, Bobby. Sehr gut. Alter, der Chat sieht gerade die Szene, wo du gestorben bist. Und alle sind am Bein, weil du down gegangen bist. Aber du wurdest einfach fucking gerettet. So mächtig. Voll eine extrem gute Rettungsaktion. Ey, das wäre mega, wenn wir das gewinnen würden. Schießen wir auf den Raben, alles gut. Hinter mir kommt Spider-Man. Das sind wahrscheinlich wieder die Stream-Stiper, die wir uns die ganze Zeit verfolgen. Die sind da. Ey, ich verpiss mich. Ich hab keine Fans, Digga. Ne, was? Ey, ich bin tot schon. Achso, ja. Was, Digga. Komm, ich bin da. Ah, der zieht durch. Hatte Angst bekommen. Wir haben uns gesucht. Der bringt uns mit seinen Mates mit. Er kommt noch welche, Digga. Ah, den kriegen wir ein paar Matze für mich. Wir müssen Holzfarm schnell. Ne, lass mal. Holzfarm. Hier, lass weiter. Lass einfach weg von denen. Oh, hier kommt wieder was. Achtung. Hier ist einer, hier ist einer. Achtung. Ja, keiner muss mehr für Eier, Digga. Aber nur noch 40 Schuss, Scheiße. Überall, die sind überall. Jetzt, Fokus. Diger Sweat. Das ist ein Diger Sweat. Ja, GG. Muareli Arsch, Mann, Digga. Ey, guck mal, hier ist... Ey, es greifen uns einfach wieder 800 Teams an, ne? Ja, von hinten kam untermalte. Tschüss, Muareli Arsch, Mann, Digga. Absolut sehr ehren, Mann. Das ist ja nicht kürzlich. Der ist weg. Der ist weg. Ja, was machen wir jetzt? Hier sind 800 Teams. Ich kotze. Ich hab keinen Elk mehr an. Ah, ich bin tot. Ich hab eine Knappe. Sauber. Hier sind 800 Gegner. Ich versteck mich jetzt, hier bewegt mich nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist die abgefuckteste Dreckslobby, in der ich jemals drin war in Random Squats. Ich hätt's dem Bobby so gegönnt, weil er war die Runde davor so mies. Das wär jetzt so geil, wenn wir gewinnen würden, aber das... das kannst du knicken. Das Dreckslobby hat einfach schon 20 Kills. Fress die komplette Lobby auf, weil die Bobby so sehr nicht gönnt. Wehrenlos einfach. Hey, du kannst uns hochholen. Ah, ne, die macht 5 wahrscheinlich an die Zone. Oh Gott. Kann man vergessen. Ja, stimmt. Dann geht es nicht so aus. Ja, vorne ist ein Jump-in. In Tilted eventuell. Ich hab keine Karte, oder? Doch. Doch, meine. Was soll ich machen? Das ist wieder der Pümpel, die Idiot. So, kommt, so, kommt, die macht wieviel Schaden macht jetzt? Ja, immer noch dieselbe Wetter. Wow. Jawoll. Jawoll. Ja, das... Chill, ich bin zwischen zwei Leuten. Die schießen selbst safe runter, Digga. Die schießen safe runter. Wie fandet ihr das? 06er. Entspannend. Einfach Mongrel Classic, Digga. So ein Ehrenmann, Digga. Jetzt gar nicht gepackt. Oh, hier. Jetzt. Na jetzt. Wo hast du... Ey, du musst weiter-moven. Du musst-moven. Du musst-moven, wo's ankommt. Oder ziehen Mini-äh... Dings los. Bleib da im Basketball. Bleib da einfach. Ist ich hier in der Zone? Nein. Ich glaub nicht ganz, ne. Jetzt. Jetzt aber. What the fuck? Oh mein Gott. Wer spielt denn so Fortnite? Arzartig. Ey, Bobby, ich hätt's dir mega gegönnt. Schade. Aber die Leute haben dich gefeiert. Noch nie haben Leute so sehr jemanden gegönnt. Schade. Ey, wir können ja noch mal zusammen zocken, weil sie im Team bleiben. Immer nur eine. Das ist die Regel. Ey, aber ich wünsch euch noch ne richtig schöne, coole Woche. Ja, danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ciao.